Servus, grüß euch! Ich möchte euch nochmal das All-in-One-Event präsentieren, das am 5. Juli im Nemetschek-Haus stattfinden wird, das nicht nur für Altplananwender, sondern für jeglichen Konstrukteur und Tragwerksplaner einen riesen Mehrwert und Vorteil generiert. Es werden Hersteller, also nicht nur Hersteller, es kommt das Fachpersonal der Hersteller, auch ein Geschäftsführer von einem Hersteller wird erscheinen und selbst daran an den Fachvorträgen teilnehmen. Also das sind nicht irgendwelche, sondern das ist das Fachpersonal, das euch weiterhelfen kann mit euren konkreten Problemen, Arbeiterei nach. Also es wird starten mit Fachvorträgen oder Problembeispielen oder Veranstaltungen, damit ihr Probleme vermeidet. Ihr werdet sehen, wie ihr in Altplan Einbauteile generieren könnt, herstellerübergreifend, mein Part natürlich, logisch. Und ihr werdet mehr erfahren über Betonierabschlüsse, über Kraftplattenanschlüsse, Querkrafttoren und, und, und. Und dann gibt es sogar noch eine Enthüllung von einem neuen Rückbiegeanschlusssystem, das von Betomax jetzt auf den Markt kommen wird am 1.6. Ich habe schon die Freigabe erhalten, dass ich dafür schon Werbung machen darf, also jetzt darf ich schon ein bisschen mehr erwähnen und da freue ich mich schon drauf, denn ich habe das Ganze auch in den Startparts übernommen und werde das Ganze am 5. Juli releasen. Ja, dann gibt es auch noch ein Catering-Service, der euch im Get-Together packt. Da könnt ihr sozusagen nicht nur eure Problemfälle, sondern auch euer Essen und Trinken mitnehmen, an den Ständen der Hersteller herantreten und eure Probleme mit denen besprechen oder eure Anwendungsfälle durchdenken mit ihnen und natürlich überall dann mit mir sprechen. Wenn euch das alles zusagt und gefällt, dann geht doch bitte auf allinone.parts, dort habe ich eine kleine Homepage für euch aufgezogen, dort könnt ihr einfach auf Anmelden klicken, da unten könnt ihr natürlich noch das Programm anschauen, ansonsten geht ihr auf Anmelden und könnt euch jetzt bei Jetzt Anmelden als einzelne Person oder als Gruppe registrieren. Ich bin schon als einzelne Person hier angemeldet, aber im Ganzen sieht das dann so aus. Ihr könnt hier alles ausfüllen, was einen Stern beinhaltet, das ist ein Pflichtfeld, der Rest ist alles freiwillig und dann zweimal die Checkbox jetzt anmelden und ihr seid registriert. Ich freue mich auf euer Kommen, bis dann, euer Peter, ciao, ciao, servus.